Oh, jetzt ist was passiert. Na toll. Das mobbt mich. Du hast jetzt beendet, oder was? Ja, ich hab zugemacht. Und starte jetzt neu. Oh, das ist ja doof. Ja, sonst lädst du mich einfach nochmal ein. Ja, aber... Warte, geht das nicht? Das versuche ich gerade drauf zu finden. Ähm... Zuspiel einladen. So, hab ich dir geschickt. So. Muss ich warten, bis ich im Hauptvenü bin? So, jetzt zeig's mir an. Warten, dass der Host die Verbindung akzeptiert. Hab ich? Oh, jetzt kann ich auswählen, wer nicht zählen will. Ich bin... Ich bin die Zweite. So, Körpergeschlecht, ja. Ethnische Zugehörigkeit bleibt auch so Körperbau. Muss ich ein Mann sein? Ja. Es kann nur eine Frau geben. Es kann nur eine geben. Und die bin ich. Okay. Zurück. Übernehmen. Ich hab auf weiblich gewechselt. Was? Okay, ich wechsle wieder auf männlich. Schämen Sie sich. Ethnische Zugehörigkeit. Das ist mir egal, was du spielst. Guck mal durch. Ich werd dir auch nicht verraten, was ich spiele. Also, außer mit Frau. Kann ich den... Ah, da kann ich zoomen. Okay, so kann ich... Afroamerikanisch. Hm. Hm. Ich glaub, ich... Ich find das ganz in Ordnung hier so. Haut. Sag mal, was bist du für eine... äh, ethnische Zugehörigkeit? Nein, zeig ich dir nicht. Hab ich doch gesagt. Ach, wieso? Das soll eine Überraschung sein. Hautton. Boah. Okay. Hm, ich nehm das hier. Alter. Okay. Ah, das ist... Tut mir leid. Aber wir müssen... Eigentlich müssten wir ja das hier machen, ne? Aber das sieht irgendwie scheiße aus. Ich... Ich... Ich müsste echt auch das hier machen, aber... Weiß nicht so echt. Das sieht immer noch sehr unnatürlich aus. Komm, so ist okay. Okay. Ja. B zurück. Achso, ja. Gesicht. Aha. Merkmal. Klaus Auge links. Was? Oh Gott. Quecksilber. Wie das aussieht. Gold. Aha, 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 aha. Okay. Gott. Äh, okay. Aber Hautfarbe hast du noch normale, oder? Also nix eingefarbtes. Das verrate ich dir nicht. Oh mein Gott. Ich mach nen Schlumpf. Hä, ha, aha, aha. Eigentlich wär das ja nice hier. War das irgendwie creepy ein bisschen. Das wäre nice. Und creepy. Achso, ich sehe ja gar keiner. Kann ich irgendwo... Achso, ich muss erstmal die Haare ändern und dann... Hä? Kennst du Dragon Ball? Äh, sag mir auf jeden Fall mal was, ja. Hä? Kennst du, ähm... Okay, wenn's dir was sagt, dann kennst du dich wahrscheinlich nicht so... ...im Detail damit aus. Hä? Ne, nicht wirklich. Ne, das kann ich nicht machen. Du darfst machen, was du willst, Julian. Du musst das ganze LP damit... ...leben. Ja, das ist halt grade mein Problem. Aber prinzipiell darfst du machen, was du willst. Uh, das find ich natürlich... Das überleg ich mir. Okay. Ne, das ist... Das geht gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Ah, ich weiß nicht. Ich schanke dazwischen, nen witzigen zu machen... Oder... ...nen... ...normalen eben. Du musst da... Wie gesagt, du musst das ganze LP damit leben. Aha, gibt's denn auch nen lang? Ne. Bist du schon bei Kleidung? Ne, ich mach erstmal die Haare. Achso. Weil ansonsten brauch ich beim Gesicht ja gar nicht anfangen. Und wenn ich, äh, ne Frisur hab, wo man die Ohren eh nicht sieht, dann brauch ich auch die Ohren nicht. umbasteln, weißt du? Ja. Aber ich glaube, ich werde mich für was ganz Klassisches entscheiden. Achso, ich sollte mal den Timer wieder laufen lassen, ne? Das ist jetzt, wo es wieder funktioniert. Ja. Ja, ähm, nein. Mhm, okay. Aha. 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 Oh Gott. Okay. Okay. Na ja. Boah, kann ich mir... Ich kann mir die Haare aber auch noch raussuchen, ne? Okay. Aber ich glaube, ich habe mich schon entschieden, was ich nehme an Frisur. Ich werde trotzdem alles mal durch... Hehehehe. Okay. Ich habe mich vielleicht auch noch nicht entschieden. Hehehe. Hehehe. Das ist aber interessant. Hehehe. Das ist aber auch... Hallo? Das erinnert mich an irgendeinen Film, ich weiß nur gerade nicht an welchen. Oh. Oh Gott, ich freu mich schon auf deinen Erfolg. Meine wird wahrscheinlich voll langweilig im Gegensatz zu deiner. Ich mach jetzt so ein Mittelding aus normal und witzig. Komplett witzig mach ich doch nicht. Das wär zu übertrieben. Ich hab erst überlegt, ob ich so ne ganz fette Tonne mache. Weißt du, dann mit so Mörder-Titten. Okay, aber ich glaube ich nehm... Ne, okay, ich nehm... Ich nehme... Wo war's? Äh... Nein, 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 nein... Ja. Tut mir leid, aber ich muss diesen nehmen. Oh, Haarfarbe, Haarfarbe, Haarfarbe! Jetzt wird's spannend. Sowas, das müsste man eigentlich nehmen, ne? Hm... Ich bin gerade echt am... Ich glaub ich nehm das. Aber lass uns mal gucken, vielleicht finden wir noch ne andere geile. Das wär aber auch nice. Ne, ich nehm das. Definitiv. Obwohl das ein bisschen zu grell ist. Wie sieht das aus? Ich nehm das. Das ist gut. Gesichtsbehaarung. Was ist das? Was macht das? Ach da, okay. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Ne, tut mir leid, das kann ich nicht. Es tut mir leid. Wenn der nicht immer weg gucken würde. Der dreht sich immer so komisch. Kannst ja auch drehen. Mit dem rechten Stick, ne? Ja, ja, aber der guckt immer, was weiß ich, wohin. Ich nehm das. Gott. Jetzt müssen wir das aber natürlich auch in der passenden Farbe machen, ne? Das hier, ne? Ja. So. Ach so, Kopf. Ach so, ja, okay. So, jetzt können wir nämlich auch ins Gesicht gehen. Und zwar die Ohren. Die Ohren, die Ohren, die Ohren, die Ohren. Da. Äh, Ohren, 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 Ohren. Ne, ne, ne. Ach so, ne, okay. Das war, glaub ich, bei 50, ne, alles. Aber das ist okay. Ach, Spitzengröße. Genau, ein Kommando. Ach, ne, das müssen wir... Warte mal, so, so gefällt mir das, glaub ich. Okay. Der Rest ist, glaub ich, okay. Ach so, ne. Ne, das möchte ich so... Ah, übernehmen, genau. Wangenknochen nach dem Mund. Mhm, mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Mundstil. Ach, ich glaub ich nehm. Ich glaub ich nehm. Ich glaub ich nehm. Oh ne, ich kann das nicht, tu mir leid. Ich muss damit leben. Das ganze Spiel über. So, Merkmal. Das ist leider auch mein Problem. Warte mal, kann ich nicht hier auch noch die, die Wimpern? Mit den Wimpern-Wimpern? Ja, die sind mir eigentlich ein bisschen zu... Aufdring nicht. Aber die sind bestimmt beim Make-Up dabei. Oder? Die Augenbrauen? Ey, nein. Ne, tatsächlich kannst du die nicht ändern. Aber jetzt guckt er ganz traurig. Und jetzt guckt er ganz weht hin. Wahrscheinlich weil du... Wahrscheinlich weil du irgendwas mit ihm gemacht hast. Der kriegt so einen ganz... Einen ganz sehnsüchtigen Klick von mir. Ich glaub ich nehm das hier. Und das müssen wir dann auch wieder in so nem... Jetzt guckt er... Soja machen, ne? Denkt er sich WTF? Einfach weil ich's kann. Und jetzt ist er überrascht. Ein Lidschatten ist das da, ne? Ich krieg hier so ein... Es geht hier gerade drauf. Okay, Lidschatten lass mal weg. Wangen. Ja, genau. Oh Gott. Was ist das? Oh, jetzt guckt er wieder traurig. Ach, melancholisch, okay. Wir nehmen das hier. Augen. Warte mal. So, dann zieht das... Bist du mein Gesicht schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Ich bin grad beim Mund. Oh Gott, die Augen. Ich glaube ich nehm... Das geht doch nicht. Mal gucken, mal gucken ob du... Ich kann die Folge gar nicht veröffentlichen, ich muss mich wohl schämen. Was? Achso, ne, das wollen wir nicht. Das sieht, das sieht komisch aus. Ne, 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 ne. Fingernägel. Tut mir leid, das muss auch noch sein. Ich hätte ja... Ah, ich hätte ja so einen Yoda machen können. Persönlichkeit. Stimme. Ich will never... Ich will never be known as the President as a nation. My fellow Americans. We say Amer... My fellow Americans. What passes for education in this country is a crime. Something dangerous is happening in America. We never want to be known as the President who sits in her ivory. So wie man's. I never want to be known as the... ...I never want to be known as the president as a nation. Also wie man's. Heh 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 heh. Hehehe hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Heát ta is hh. Okay. This here is for winners. Top of the world. Hey, we're gonna catch up! Heeey, we're gonna catch up. I'll show you. Ich möchte dich fressen. Okay, okay. Äh, Entschuldigung. Du brauchst nichts? Ich bin deine Frau. Okay. Nein. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, du willst mehr? Okay. Das ist alles meine. Es ist Party-Zeit. Oh, fühlst du das? Awesome. Das sieht so beknackt aus. Awesome, Baby. Well done. Nice day. Looking good. Go Third Street, go Third Street, go. Nice outfit. Ride it hard. Oh my god. My hero. Okay. You're okay with me. Looking good today. Awww. Good time, sweetie. Also der Anfang-Teil war geil, aber das, was er nachgemacht hat, war scheiße. Das ist eine gute Zeit, sweetie. Ich habe es hier in der alten Schule genommen. Wie? Und nichts verrate ich dir nicht. Bei den Weißen, oder was? Bei den Weißen, oder was? Bei den Weißen, oder was? Ach ne, bei diesen Taunt. Er sagt doch, sprich mit mir, Fiko. Das wirst du gleich sehen. Nein. Okay, wir fangen mal ganz vorne an. Ganz vorne. Let me hear it. You have witnessed perfection. I'm a robot. Bring it on. Okay, das ist geil. Geil. Psst. Geil. Okay, das ist creepy. Das ist noch creepier. Oh, warte mal, das ist... Das wäre der Yoda. Okay. Okay. Hm, das kann doch... Hm, das kann doch... You got nothing. Drop it them all. Up yours. Hm, okay. You gonna clean that up? Hm, I needed that. Back off. Back off. What's the matter, huh, bitch? Ha, 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 ha. Aber ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. You know, you want whatever. You have nothing. Hey loser. What a jerk off. I'm... Cross me and die. Ich weiß nicht, ob ich das nehme. Oder das nehme. Aber ich glaube, ich nehme das. Ich nehme das. So. Jetzt siehst du aus wie ein russischer Boxer. Warte mal. Hä, kann ich nicht doch noch? Warte mal. Merkmal. Scheitelstirn. Augenbrauen. Augenbrauen? Ne, nicht Augenbrauen. Ich will... Wimpern. 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 Wimpern, 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 Wimpern! Naja, Mund, Kinn, Gebiss. Nee. Kann ich... Ach, ich kann die... Ich kann die Kleidung noch gar nicht ändern. Am Anfang hast du nur eine... Art Kleidung. Also ich wäre soweit Ich noch lange nicht